Ah, Talisman kann ich mir jetzt ins Land nutzen, super. Hoppa. Hab ich noch viel Talisman? Talisman. Ja, ich sag echt schade, dass ich keinen Schalldämpfer dran klatschen kann. Sonst wäre das echt die Überwaffe, ja. Da war andere. Aber die gute Präzision, ja. Gefällt mir. Okay, komm, let's go. Waren wir beide Auto? Nee, warum? Oder in einem Auto? Mästig, okay. Okay. Bist du bereit dafür? He, 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 he. Keine Ahnung. Es wird jetzt eine große Reise. Wie viele Meter sind das eigentlich? Es gibt nichts im Bunker. Ja, das ist nicht die Mission. Da wo wir hinfahren, das ist keine Mission, das ist eine eigene. Das ist meine eigene Mission. Die wird dir gefallen. Du kannst das schon mal raten, also auf jeden Fall ist das für eine Waffe frei zu schalten. Das ist zwar keine Dings, das ist so eine spezielle Waffe, ne. Hast du gegoogelt oder wird dir was angezeigt? Nein, nein. Man kann gucken, wo man, wenn du die Details anguckst, also. Jaja, aber... Beim Suchen. Ist das nicht missionsbedingt? Nein. Da stand, da stand, Suche im, im Dschungel von diesem Gebiet halt da. Nein. Soll ich das sagen? Der bessere Bogen? Ja. Ja? Ja. Ja. He he, boy, let's go! Du! Es sind immer 5.000 Meter! Du kannst ja für der... Soll wir Reise machen? Ja komm. Oh komm mal, ne? Ah doch, geht kaputt. Bruder bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Danke dir, Bruder. Bist du bereit? Ja? Nein, aber 2 Retter. Ist du bereit? Let's go! Okay. Ha 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 ha! Spass! Ey, warum brennst du immer, wo du lang fährst, alter? Du bist ja... Feuermonie! Bruder, hier ist ein Dorf oder Stadt, Bruder. Echt? Alter, das gefällt mir hier lang zum Cruisen. Bruder, wir erkunden jetzt mies diese ganze Map, ne? Bruder, der ist einfach 5 Kilometer weit noch weg, Alter. Wir sind sogar durch 7er Gebiet gerade gefahren oder sind immer noch, keine Ahnung. Bruder... Oh. Boah. Nein, ich wollte deinen Hacker mischen. Mies, mies, mies aufholen. Ich bin an deinem Arsch, Bruder. Ich bin an deinem Arsch. Ich kitzle euch ab, um deinen Arsch zu kriegen. Niemals. Oh. 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 Ich hoffe, das war links jetzt. Oh! Das ist Cheaten, Bruder. Das ist Cheaten. Oh. Na ich wollte eigentlich den Typen gerade anschießen, sorry. Tschüüüüüüü! Oh oh. Oh oh. Das ist fremd. Das ist fremd. Mal langsam Bruder. Neini! Die haben den Ding, die haben uns einfach hops genommen. Vielleicht die nicht? Heiß kämpfen. Doch, bei mir schon. Wo sind die Gegner? Da unten ist auf einmal einer. Ey, der will! Ah, das ist gut. Oder hä? Diese Waffe ist super hart. Bei dir! Ab so! Okay. Oh, okay. Ich hab den einfach über den Zaun gezogen. Ich hab den einfach über den Zaun gepackt. Jaja, hab ich gesehen. Den musst du auf jeden Fall looten, diesen Commander. Der hat bestimmt Schlüssel... Ich bin da durchgelaufen. Schlüssel benutzen. Fahrbar. Ich weiß nicht, wann ich den eingesammelt hab, aber okay. Ja, wurde der Commander hat den meistens immer... Ja, aber ich hab die Anzeige nicht gesehen. Toilettenpapier. Ey, Bro, ich geh auch ins Scheißen, ne? Boah, der Toilettenpapier ist Gold wert. Glaub mir. Hey, hat der die Kiste nicht angenommen? Oder... Schroflinte. Ja, was müssen wir hier noch kaputt machen? Ach so! Hast du das Schild noch kaputt? Hast du? Ja. Perfekt. Nein, ich wollte doch gar losfahren! Ich wollte gar losfahren! Ich wollte gar losfahren! Die Nichtsgeleihe! Wollah, nein. Heute nicht. Ich muss aus dem Mainz noch reparieren, Alter. Zill mal! Zill! Was? Wo ist Mainz? Wo ist Deins? Was? Ehrenlos! Ich hol mal Deins! Hola! Ich weiß gar nicht, wie sie sind. Ah, hier ist noch was zu sagen. Ah, hier ist noch was. 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 Ach so, du hast Standardfelgen drauf. Bruder. Die sind echt geiler. Hast du jetzt geändert? Die sind echt geiler, ja. Bereit, Digga? Unsere Leute kämpfen hier hinten. Und scheiß auf die. Die können alleine kämpfen. Hab die gekillt. Komm, let's go! Fahr! Let's go! Ey, das Schild ist eigentlich kaputt. Ah, ne, das kann man nicht kaputt. Ach so. Ne, ist mir gerade eingefallen. Ja, komm, warte. Sollen wir noch die Kiste einsammeln? Was sieht mir nur noch Munition aus? Das hier, was die andere sind. Das hier, was die andere sind. Ich kann schon mein Auto nochmal reparieren. Wie kannst du das reparieren? Du, 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 du. Du musst Spoiler drauf machen. Schwier. Bitte Schießpulver. Dööö, ne M9 Pistole. Mach schon. Ja, aber Schießpulver. Hä? Hä? Die hätten aber schon markieren können, welche man kaputt machen kann, ja? Äh, das erkennt man eigentlich. Die kann man beide nicht. Das ist so an dem Rand. Also nur die aus, die aus Pappe sind. Die auch so diese, nicht diese Stein Ständer haben. Ja, die kann man auch nicht so. Ja. Das hat doch einfach durchfahren. Oha, ich hab einfach... Oha, ich hab einfach... Oha, ich hab einfach... Oha, ich hab einfach fast Backflip gemacht. Und dann benutze Konfliktbeschiff. Aber einfach so ein Vibe mit dieser Musik auch. Das ist ein bisschen kurvigere Strecke. Was ist das? Keiner irgendwie nicht, was ich nicht kenne. Ja, gerade auch Strecken fahren ist ein Scheiß hinterher zu fahren, ne? Ja. Weil die einfach exakt gleich schnell sind. Soll mal Havanna kommen, Alter? Weil hier, es gibt das Lied, da singt die auch immer mit. Diese Havanna... Hä? Hä? Das ist ja vorhin auch passiert. Bei diesen Kanten fliegt man richtig weg. Ey, hier ist aber ein Schild. Okay. Let's go. Havanna kommt, Cut. Oh, ey, 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 chill, chill, chill. Lass einfach einnehmen, oder? Komm. Ja, müssten wir wohl da. Dann können wir nämlich auch Dings direkt, weißt du? Warte, lass auch fleißig. Oh. Hattest du erreicht. Hör, von wem hab ich abgeschossen. Bist du tot? Pass auf. Mit Explosion abgeschlossen. Über krass. Was warst du? Ich hab auf den Tank geschossen, Bruder. Der fängt an zu brennen und man muss echt viel, finde ich, auf den Tank schießen. Nein, du kannst auch auf den Tank schießen vom LKW. Ja, ja, ich weiß aber. Bruder, mit Explosivfeil geht's besser. Oh, da kommt noch jemand. Bruder, echt. Boah, jetzt macht das Spiel erst richtig Spaß, Alter. Ich höre. Schießpulver, Junge. Schießpulver ist einfach Gold. Ey, was sind das für Fahrzeuge? Bruder, jetzt kommen die Elite-Truppen schon. Ach, die ist leer? Meine Dings ist leer. Wo ist der? Wo ist der hin? Da, guck mal, die gehen richtig in Deckung, Alter. Alter. Du wirst, das ist ein Levisibenergebiet raus. Nein, das ist, glaub ich, kein Levisibenergebiet, Alter. Mein Sturm wäre es leer. Guck mal, was es für Fahrzeuge sind, Alter. Wie wäre es schnell? Liegt die nicht nur im Muni? Ja, ne? Hier. Ah, ist Pistole, Bruder. Ah, ne, auch Sturm. Jetzt tot. Achtung. Ich glaube, exklusiv Pfeil ist echt nicht fach. Digga, ich stehe mal aus, oder ne? Ja, ist ja nicht. Oh. Die Spezialeinheiten. Let's go, Bruder. Abbauen, das ist Abbauen, das ist Abbauen. Das direkt Abbauen, los, 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 los. Fuck. Bruder. Abbauen. Ach, das ist unten links. Oh mein Gott, das ist ein Panzer. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie über das Zusatzleben. Digga, das ist ein Panzer. Bruder, der schießt. Bruder, egal, egal, scheiß drauf. Bruder, da ist ein Panzer, Digga. Die schießen. Wir müssen aus dem 7er-Gebiet raus. Ganz schnell. Bruder, die chillen jetzt sogar hier einfach. Du chillst Unterbrücke, die chillen Aufbrücke. Ey, du bist so einfach. Die Luft ist rein, ach gut. Boah, kurz bisschen Angst gehabt, ja? Was kaputt das Shit? Ja, ich liebe dein Geschütz. Ich sollte das vielleicht auch wieder drauf tun. Das ist ja auch kaputt? Ja. Ja. Boah, mit Stil. Ehre für den Stunt, ne? Mutter Hure, wer verliert das Rennen? Schmaß! Bruder, der Flug war jetzt hier. Oder? Woher müssen wir denn überhaupt? Weiter! Seine Markierung weg! Ach so! Ne, ach so, ne, ne. Ich dachte, weil... Lost, lost war ich, sorry.